yo was geht ab youtube ich bin es wieder euer lifestyle und eben bin ich bei einem streamer reingegangen den werde ich auch unten verlinken und habe einfach mal gefragt ob er mich kennt einfach so just for fun weil es sind gerade irgendwie nur drei streamer bei abo traden und ich weiß nicht ob rdw tot ist irgendwie am sterben ist und auf jeden fall ich sehe so ob er mich kennt so einfach just for fun weil jetzt nur abgehoben habe ich bin so bei leuten reingang die kannten mich halt und dann auf einmal ich frage ihn so weil kein er kam mir nicht bekannt vom namen er so oh mein gott ich blende euch das noch mal jetzt ein also schneide ja mit psd aber ich kann euch dings die tonaufnahme einblenden warte ja leute auf jeden fall da habe ich ihm der frage schickt und da ist auch voll ausgerastet ja ihr seht auf jeden fall leute ist voll ausgerastet ich werde jetzt auf jeden fall bei ihm reinkommen und ihm ein paar sonnen schenken ich habe jetzt im rucksack ich habe halt so wenig rucksack platz aber ich habe eben lager noch 12.000 ich werde ihm ein paar sachen einfach schenken wegen weihnachten weil ich bin jetzt auch bei zwei wochen weg werde ich das schneiden und dann während ich weg bin vom handy aus hochladen und ich mache jetzt einen cut bis ich bei ihm drin bin und da würde ich sagen bis gleich leute tragt auch auf ehre mein supporter creator code ein einfach oben rechts im item shop unterstütze einen creator dann lifestyle 957 eintragen und immer wenn ihr was kauft das kostet euch keinen cent mehr ihr zahlt das gleiche wie vorher das macht euch es gibt euch keinen nachteil ihr supportet mich aber dass ich einen kleinen anteil von dem bekomme wenn ihr was kauft und dann kann ich öfters gewinnspiele machen oder custom games mit preisgeldern und so weiter also es würde mich riesig freuen wenn ihr unten rechts unterstützer einen creator gibt und mich eingibt würde ich sagen auf jeden fall leute jetzt bin ich bei ihm drin das video geht jetzt weiter und mal schauen wie seine reaktion auf jeden fall ist ich mache ihn cut hallo drin was geht ich komme erst mal rein okay dann sage ich dir ich bin gerade video aufnehmen hallo ich wollte vorher noch sagen ich verlinke dich dann wenn ich das video aufladen okay warum machst du das so und da habe ich kurz baurechte das soll ja allerdings sein oder ich mache so schon dann kann man hier spenden und nicht rein da würde ich es noch so machen schon brauchst du mordeswaffen ich habe das ganze inventar damit voll so könnt ihr auch wer ist jetzt der streamt wo haben wir schon ich auch die beiden moment und mehr ich gehe mal kurz zum lager ich bin der streamer bei denen du gerade wer braucht von euch breitkorps ich komme herrn und und wenn ich aber wenn ich ich job mal hier was gehen wir in die andere ich habe aber nicht mehr so viel ich habe letztes erst ganz viel verschenkt brauchst du teilt das einfach untereinander auf ok ich habe aber ehrlich nicht mehr so viel breit eigentlich ich brauche es egal jetzt kriege ich eh wieder viel geschenkt wegen weihnachten von meinem motz und so platte oder nein das sind windertisch windertisch und spektrolyl zählen stück moment sonnen sonnen dürfen wir warte nimm noch nicht warte nimm noch nicht warte nimm noch nicht warte nimm noch lass mich mal rein stellt euch mal daneben einer hier einer da machen wir mal auf mach mal hier auf mach mal hier auf mach mal hier auf mach mal hier auf ja warte 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 nur 10 hier in den Eckdick ja ja warte kurz ja ok dann jetzt könnt ihr nehmen es waren alle meine sonnen das waren alle meine sonnen die ich im rucksack habe noch im lager habe ich mein ganzes 66 ich habe jetzt im rucksack kein dings mehr keine sonnen und effis mehr und so ich habe aber im lager noch 60 stecks ich habe im lager noch 60 stecks reicht schon das ist ein paar warte nimm noch nicht ich habe noch mal drauf mehr was ist das immer noch in der wird wenn er mal sagt ich hätte dann nehme ich an weil ich bin der moment was habe ich denn noch vermutlich stand auch mal drauf ich bin der aber nur die manche und gar nicht weiter mit naja um dann gehen noch zu was ist dafür was kurz man will und wird er dort aber eine kleine ein Punkt und die Schmerz haben einfach was ist auch in der Welt das ist ein Modell Doppel-Element das ding ist ich brauche eigentlich ja für zu verlosungen aber rdw mache ich eh nicht mehr so viel deswegen kann ich euch das nicht schenken hat ich mache nicht mehr so viel ehrenmann aber ich kann nur noch was ist aber ich kann nicht mehr so viel ich habe halt wenig rucksackplatz weißt du aber ja la rucksack lager habe ich auch nichts mehr weil alles freundlich sondern von denen glaube ich schon hat oder wie danke danke ich wusste ja schon das ding ist ich war halt die tage immer mal bei streamern und und wollte so leute finden die mich nicht kennen und die so irgendwie keine ahnung irgendwas schenken die ganzen leute entweder ein aus den kommentaren oder der im hintergrund oder er kannte mich das voll scheiße wie du ausgerastet ist als wäre ich irgendwie keine ahnung haus gilt oder was das ist auch noch nicht so lange ich mache gleich ein ding stream kassen ist ja auch nass weil am samstag pflege ich weg zwei wochen deswegen muss ich noch was für morgen kommen wahrscheinlich 6 aber im lager habe ich auch noch im lager noch sechs und im bruxelles noch sich aber ich weiß nicht ehrlich ob ich so schwer allerdings so wollte noch irgendwas sagen was aber ich werde das video dann hier beenden willst du irgendwas sagen ins da oder keine ahnung irgendwas youtube verlinkt sicher ja okay auf jeden fall lasst bei den zwei jungs ein abo da ich verlinke die beide die heißen halt auf youtube gleich oder heißt ihr gleich ja auf jeden fall ich verlinke einfach beide schaut einfach mal bei denen vorbei dann könnt ihr auch im stream sehen dass es nicht gespielt war sondern ich bin einfach random zu denen reingekommen und auf jeden fall frohe weihnachten euch allen und lasst ein like und wenn ich so was öfter machen soll einfach zu irgendwelchen leuten reinkommen und den sachen schenken und wenn ich das video hochlade werde ich wahrscheinlich schon zwei wochen weg sein ich bin jetzt viermal ein bis wann ich weg bin auf jeden fall würde ich sagen haut rein leute